Die Tür sind ihre Farben verblasst, sie tragen den Pass, ob bei Tag oder Nacht, was hat sie in die Lage gemacht? Sich mehr zu nehmen, als sie zu stehen, denen nichts zu geben, denen's nicht gut geht. Ein Eleven-Anschlag oder Inside-Clock, ist egal, hinter steckt bestimmt kein Gott. Ihre Blindheit schockt, ich sind kein Wort, ihre Tramwelt versiert auch mit Blindheit schockt. Es gibt zu wenig Essen, zu viele Waffen, zu wenig Lieben, weil zu viele hassen. Wer kann mir sagen, was wird ihnen ein? Sie benehmen sich so, als hätten sie kein. Sie bleiben sich hart jeden Tag, wenn sie, doch reißt die Wahrheit kein Lob, ihr geht. Sie hören nur auf den Kopf und das macht's schockt wie ein Tausendmal. Mein Kanzel schreit von Schmerz und Leid, die Erde bei dir. Was ist für Not? Nein! Mein Kanzel schreit von Schmerz und Leid, die Erde bei dir. Es ist unberecht, denn sie treten und sie ignorieren unser Recht. Wir sind in uns, das Leben geht, dass uns nur schreckt. Also wen wundert es, wenn der riesengroße Rest eins durchsablässst? Was ist los mit der Welt? Geht es bloß um das Geld? Warum kriegen manche ihren Durst nicht gestillt? Sie töten ein Tier, sie töten den Mensch, weil das Tier Mensch leider keine Lösung erkennt. Und wann werden diese Tage auch vergehen? Dann werden die es wagen, noch zu stehen. Doch so lange habe ich ein Problem mit allen diesen Fragen, die mich quälen. Mein Kanzel schreit von Schmerz und Leid, die Erde bei dir. Was ist nur los? Was ist nur los? Was ist nur los? Nur los, nur los. Was ist nur los? Danke schön. Vielen Dank.